Prozent ich bin jetzt ist das Wort doch noch auf das ist das Geburibere schießt bis zu den Ebenen Prozent aber es ist klar dass es war auch nicht zustande alles so gut dreistet Bats Bats 4 Schuss halt noch Rücken habt auf jeden Fall frei, keine Mumpel mehr Ich glaub das war's jetzt so, wir müssen jetzt glaub ich noch so Ne da kommt noch jemand 2 sogar Oh, Blue Sadist Du Sadist Du hast den vollen Hinterkörper weggeschossen Und jetzt krabbelt er nur noch den Oberkörper weiter Hier ist Munition So, zieh da recht Begib dich zum Versteck, dann darf ich endlich wieder mitspielen Yeah Munition Granaten Schön Sprung Munition, keine Granaten Ja, das hab ich jetzt eben gesehen Ja, da liegen gar keine mehr, du hast alles geklaut Nee, in der liegt nur da Die haben Blume grad weggeschnappt Scheiße Ich glaub in den anderen Reim sind auch noch Musste man noch durchkommen, oder? Ach sobald dann Guck, hier hast du noch Muni und so'n Zeichen Oh, hier, Alter Ja, hier Aber du gehst ja jetzt eh ins Versteck und kannst da Munition Richtig Vorher gehe ich komplett nackig bin Nee, nackig muss das nicht sein Munition mäßig, will mir nicht anheben Oh, Gold bauen Sehr schön Nur für den Fall Oh, Kiken war hier noch mal drin War die überhaupt hier schon im Gebäude Das ist cool, das kommentiert grad schön Sehr schön Brauch ich nix zu sagen Ich bin hier auch grad bei seiner Suche Da hinten, kann man da auch noch ran? Da hinten, kann man da auch noch ran? Ich glaube nicht, wahr? No, reige durch Verdammt So eine Tür, oder? So Ich glaube Da Hä, wie soll kein Dynamik mitnehmen? Weil du vollfühst Nee, Dynamik ist leer Ja, du hast wahrscheinlich gerade an den Scheißen Ja, ich bin wieder am Start, Leute Yeah Wie würde Dumpel, Dinger, Dumpel, so schön sagen Hey Kinder, was geht mit euch ab? Ja, schöne Grüße Apropos an den Dumpabler Da soll das Video zwar nicht angucken, aber Ja, von mir auch Grüße an den Dumpabler Und Pia Pia, genau Die hab ich ja vorhin schon gegrüßt, aber Nach meiner Grüßtheit So, bevor wir hier in den nächsten Raum gehen Wenn das jetzt hier schon so heftig war Mit diesen Kreisel da Mit dem Platz Dann kann man sich auch noch richtig Ja, du bist der Einzelne, der den Vorteil hat, der das Spiel schon kennt Vom PC her Aber auch nicht sehr weit Also, ich bin ja Ich hab ja das ganze Zeit Singleplayer gezockt Sehr weit bin ich nicht gekommen Alleine ist es dann echt heftig Hm So, ich zieh auch nochmal Wir halten's hier Liebe Ich seh nix mehr So Okay Bamm, Bamm Ich bin wieder da Jetzt oben auf Genau, hier kann ich doch sagen Oben auf der Terme achten Sniper Hoh 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 Holter Oh Er kommt einfach mal hier aus aus dem Boden heraus So, okay Oh mein Wir haben uns das damals schon auf PC vor... Oh Aus dem Boden raus Was ist denn mit ihm, Alter Du hast es damals schon auf PC vorgenommen, zuletzt bleiben, aber es hat nie funktioniert. Freue ich mich jetzt richtig, dass es statt mit einer... Ich hoffe, ich höre das zoffen, kann ich sehen, dass es schon wieder klingt. Oh, da ist ein Bein. Seidens, Achtung, du wirst von deinem Bein verfolgt. Wo ist es hier? Fußball, hier, wo ich bin. Hier. Jetzt geht es weg. Da hol die, wenn man wieder in die Masse. Kennen wir ja. Test die, die Leute. Wow. Das ist hinter uns auch. Ah. Oh. Alter. hab ich muss eigentlich auch die nirgendwo vorne stunden lang ein auf zieler wo ich abdrückt weiß doch aus okay ich glaube ich werde mal ganz kurz und ein bisschen unterstützt immer hier ich weiß dass man unterstützt weil ziemlich viele zoller ja die kommen auf jeden Fall ja guck mal hier lecker was ist lecker was da für nette fleischeinheiten am baum hängen achta Fleisch Fleisch ich steh auf so nen Scheiß echt? Kein Wege teuer? Nee Boah ich krieg' Hunger Nee oder? Goldbar Denk einfach an ein warmes Schnitzel Oooooooh Oooooooh Ooooooh 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 Es kommt die Kirche Ja das sieht auf jeden Fall also die Flaggen seht ihr wahrscheinlich anders Naja die sehen wir anders Warte Preacher Ooooooh 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 Ich will den Breach Ooooooh Na! Damn! Komm, bleib dran! Wie ne, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Funktioniert! Hehehehe Boah! Boah! Boah, crazy! Boah, du Hund, Alter! Das hält mir aber, du kannst! Boah, fiel mal hier! Klatsch! Ena, explodiert! Da fallen sie aus, ne? Da ist die Speicher! Okay! Das war's! Boah, 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 boah! Ich finde diese Gru... äh, die Gruße! Die geile Retro-Mucke noch cool bei dem Spiel! Ding, 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 ding! Das war doch mit der Mine gerade! Der nicht funktioniert! Buh! So, schau'n wir mal ein bisschen Muni! Also, ich bin mal ganz kurz weg von euch! Ach so, Uli, die ist auch weg von euch! Also von daher! Ich bin die ganze Zeit in der Kirche oben drin! Naja! Ja, wir sind die ganze Zeit hier unten! Wo die Massen kommen... Du, was isst du da denn? Da fragt sich Uli, warum er keine Punkte hat! Ja! Hä? Jetzt selbst die Stolper-Mine ist mit so'n komischen Effekt! Dieses, dieses rote Licht! Oh! Die einen an der Kasche! Äh, crazy schon wieder! Bigfoot kommt! Bigfoot kommt! Äh, ich seh'n schon! Okay, nur einen hinterher, Alter! 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 Ich schieße den Scheiß-Helm von deiner Glocke! Ja, sowieso! Anziehen! What the fuck! Oh, du, verdreckiges Stück Scheiße! Ich hab' ne Mine hingebogen! Oh, oh! Oh, oh! Bäm, Alter! Bäm, Alter! Bäm! Bäm! Ich hab' ne Granate hingewogen! Achtung! Die ging irgendwo hinten hin! Oh, oh! Bäm, Alter! Oh! Oh! Oh, noch einer! Ich hab' grad... Ja, es ist, das Spiel schon so lange! laut ich bin weg ich bin in die falsche richtung gelaufen glaube ich auch noch raus jetzt wollte ich doch gar nicht verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, halt ab verpisst euch ich leg dir dann mal das hin weg hier und BATZ warum krieg ich nichts hier Achtung ich nicht hier, Hilfe, Hilfe ich verblute, ich verblute Go again schnell, helf mir warum liegt jemand da auf dem Boden oben wie war das blut ja ja alter, kamikatzertüten hier überall weiter ach du nehm ja alter wird grad ein bisschen heftig ja schnick schnack halt noch ähm schnick schnack Kopf ab, alter scheiße, pumpel der fette, ich brauche Munition hau rein Leute Munition, Aldi wo ist die Munition hin wo ist die Munition hin nur Munition oder so Alter boah scheiße du wat, Udi du bist doch die ganze Zeit da oben die ganze zu tot sein da kam einer an, das ist ja super da kam einer an der andere hat ja schon erledigt ja ich auch die waren sonst weh da die waren noch nicht erledigt kommst du mal hier hinten rausgucken was hier auf uns zukommt und du hast hier Probleme mit zwei ich hab ja die ganze Zeit von hier oben geschaut und dann hab ich das nicht gesehen alter komm hier fang oh der hat sie wieder zurückgefohlen aufschlack da kam einer oh Alter, da steht immer wieder einen Schlag ab oh ich fall hier runter boah, halt Bam, Junge Bam, Junge das muss drücken in mir sicht hörn, Zombie, hörn jubesvolle sterben alter ich hab da vergessen ich hab mich immer wie diese diese armlosen Zombies einen angreifen können also, einen packen können jetzt schon gesehen ja stopp, wir haben's ja wir haben's alter leck mich am Arsch nee, darf mal stecken was soll ich denn stecken? Blu du schon wieder denkst ja, Blu, der denkt heute den ganzen Tag schon total versaut hat nur das Ehe am Kopf ich heiß ja nicht Odin nee, ja ich heiß nicht Blu, der auf dem Zug ist ich heiß nicht Blu, der auf dem Zug ist ja eben, wollte ich grad sagen das ist ja, äh ne? okay, wir waren die, die, Alter Schickschnack ach guck mal, was hier oben rumliegt eine Panzerfaust und wir machen da unten einen auf ja, ist doch schon leer, die Panzerfaust hast du die schon geschossen, oder? ja, da hab ich doch den fetten beschossen mit und die Kleen bis jetzt, achso okay, das war's, alter Alter, warum hat der Unge so viele Punkte? erstes Korpidel BND, du keine Ahnung, wahrscheinlich wegen Kopfschüssen und keine Ahnung Multiplikator ich hab'n Dreh noch klar ich muss jetzt Mod für erstmal die die Sensibilität ein bisschen unterdrehen so hätten wir jetzt Kapitel äh, ne, nicht Kapitel 1 nein, jetzt ist sie weg erste Level gut, ich bin müde, ich geh ins Bett doch, obwohl vom Prolog 1 ist Kapitel 1 doch, stimmt schon die Trophäen du musst nicht das Z-Wort benutzen du bist sowas von tot du weißt es noch nicht das sind die Trophäen 5 Goldbahnen, aber Flaschen haben wir Flaschen haben wir keine gefunden nur Goldbahnen okay, dann gehen wir jetzt auf die Auferstehungskirche äh, äh ich bin müde, ich geh ins Bett und du jetzt mal schön dein Maul ziehst mit dir, mein Freund so du Lusche also ich würd sagen du Knecht Schwierig okay, jetzt grad lass ich, aber ich mach ja mal Voreinstellungen was auch nicht, oder? so, okay also auf die Auferstehung Motto für einen okay, dann gehen wir ins Level 2 ähm, irgendwas mit Kirche Udi Nase schreibt guckst du zu, oder spielst du guckst du nur zu, oder spielst du schon? äh, ja kann man halten wie ein Dachdecker ja Udi ist wieder mal der bestätigen muss ach so, ich geh schon wieder äh ach ja Berlin ach so das ist so neblig hier bei mir Moment, ich lebe kurz, lese kurz vor aber erst wenn du zu Ende gequatscht hast das ist scheiße Berlin Berlin steht in Flammen und alles hier verbleibenden Seelen hä? Berlin steht in Flammen und alle hier verbleibenden Seelen sind verdammt die Straßen wimmeln von Nazi-Zombies findet den Ursprung dieses äh, dieser gespenstlichen Blage Blage so, Mann scheiß mal auf Stolperdraht Zulatung bestätigt Sniper-Elite müssen mit mehreren Kopfschüssen bezwungen werden oh, Mann irgendwann ist die Zeit auch mal um, Udi ach, ich war grad am einstellen oh, eine Zwischensequenz, was ist das hier los? ach, dann hab ich wohl auch wieder bloß so ein Endgame schwert bekloppt so, wenn du die Tät noch runterdringen warte mal, bevor ich dich hier losliege zack, zack Kopf ab ab geht's ach, schon, das ist schon angenehmer hier Göttler hat die Armee da Schnauze da draußen hoho, kleinen Kopfschuss so, also ab hier ist es, ab hier ist es für mich auch blind ja, also daran kann ich mich damit überhaupt nicht mehr erinnern huah, ich schon, ich schon du, die zuerst so wieder gesuchtet und statt mir angezockt scheiße, ich hab' ne Granatlinge rufen und drück' wo die Fetschknopft die schon nichts besuchtet komm mir auch nicht weiter doch, wenn sie die schon normal gespielt ja, die Trophäe für die für die Tritte äh, wie die Tritte äh, hier, Trophäe die sich gegen den fortstellt musst du 25 treten genau ich bin mir sind schon 50 für uns, oder? ne 50 die werden alle geknechtet das hätten wir auf hier alle zu treten, das ist doch langweilig ja, aufhe die werden ja alle geknechtet was? ne ja was ist da, jo? du hamd ist ohmächtig, ne? er hat sich wirklich die Kante getreten trete der ist schon viel bei ihr der ist schon viel bei ihr da hält sich ja mal ekerenne vor ja, das sind halt die, die schwächeanfälle wie gesagt kommen mit'n alter das war jetzt grad der ist jünger als eke du alter Sack hä? dann treffe ich nix ich wohne nicht ich schneller bin haha aber hab ich jetzt grad ein Klaxen auf den Ohren als Sound? kann möglich sein ist das alter komm du mal in unser alter junger Piepel junger Piepel jungspund ha spund spund der jungspund liegt vorn, mein Freund das ist nicht mehr ha ui ja, der lacker, man krieg die nur auszuste ey wo kann man in wo geht der? ja, ich glaub mein Tun knackt ja, ich glaub mein Tun beim knacksen, mein Tun weiß ich nicht weiß ich nicht mein Strasse knicken, nur dick hört ihr das eigentlich auch im Stream? also das knacksen vom Spiel? oder ist das nur bei uns oder in das noch einer? wo kommt man denn hier raus? kann man mit mal einer verklicken? klick klick die welsch geht